Tja, Barack Obama und die Rückbesinnung auf die Stärke der Amerikaner. Ulf Röller in Washington, Sie haben die Rede, die er nun gestern Abend hielt, verfolgt. Auch heute an diesem Gedenktag. Amerika hält inne am 11. September. Zum 13. Mal nähert sich inzwischen der Terroranschlag, die Terroranschläge. Wie ist diese Rede angekommen und war sie gut platziert? Also ich glaube schon, sie war sehr gut platziert, weil der 11. September ist quasi das Datum, an dem Amerika seine Unschuld verloren hat. Und an dem Tag hat Amerika gelernt, dass es eben nicht unverletzlich ist. Das war der Glaube der Nation. Und deshalb ist es ein sehr guter Zeitpunkt, an einem solchen Tag über die neue große Terrorgefahr zu reden. Barack Obama beschreibt sie ja als Krebsgeschwür, dass man ausradieren muss. Und ich glaube, die Rede ist deswegen auch so gut angekommen bei den meisten Amerikanern, weil eben die Stimmung sich im Land doch verändert hat. Die zwei enthaupteten Journalisten, das hat die Lation geschockt. Und es hat doch deutlich gemacht, wenn es eine Terrorgruppe gibt, die bereit ist, Amerika zu enthaupten, dann ist sie vielleicht auch bereit, Amerika anzugreifen. Insofern kommt diese Rede jetzt besser an bei den Amerikanern. Und das sieht man auch daran, dass die Mehrheit der Amerikaner den Kurs von Barack Obama unterstützt, ein stärkeres militärisches Engagement in der Region zu vollziehen. Wie deutlich ist denn dieser Kurswechsel überhaupt einzuordnen? Dann sind es jetzt erstmal rein die Worte, weil das, was Sie auch jetzt schon zitierten, es ist eine deutliche Verschärfung allein in der Wortwahl. Aber sind die Taten, eben jetzt auch Bombardements auf syrischem Boden durchzuführen, noch mehr Soldaten hinzuschicken in den Irak, um bei der Ausbildung zu helfen, sind das Dinge, die wirklich einen richtigen Kurswechsel belegen? Ich glaube schon. Und das alles kann man festmachen eigentlich an der Person Barack Obama. Wenn man sich nochmal erinnert, er ist eigentlich an die Macht gekommen, Amerika mit dem Versprechen, Kriege zu beenden. Er ist an die Macht gekommen, indem er gesagt hat, ich bin eben nicht George Bush, ich bin der Anti-Busch, ich schlage nicht zu. Und deswegen hat er eigentlich auch die ganze Zeit sehr, sehr zögerlich, manche haben auch gesagt, planlos reagiert, manche werfen ihm eben vor, dass er auch zu spät reagiert hat. Er wollte nie in Syrien angreifen, er wollte Amerika rausbringen aus den Kriegen und nun muss er eben wieder rein. Seine neue Strategie ist eben jetzt nicht mehr Zurückhaltung, sondern gezielte Angriffe auch in Syrien mit hohem Risiko verbunden. Aber das ist schon wirklich ein großer Strategiewechsel, eben auch sehr für den Präsidenten, der das nie wollte. Sie haben genau das angesprochen. Er hat sich selber bezeichnet als der Anti-Busch und nun sagen ausgerechnet die Republikaner mit dieser Rede, sei Obama in Busch Fußstapfen getreten. Das muss doch die Demokraten verletzen. Ja, das wird sie verletzen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie wirklich groß diese Solidarität der Republikaner ist, weil vieles in dieser Rede ist eben auch nicht angesprochen worden. Wir haben gesagt, die Stimmung des Landes ist eben besorgt. Die Menschen haben Angst, wir feiern den 11. September und der Präsident hat eine Rede gehalten über den nationalen Stolz und dass er das Land beschützen will. Und dann muss natürlich naturgemäß auch die Republikaner an der Seite des Präsidenten stehen, wenn es um das große Ganze geht. Aber wenn es gerade um die Frage geht, wie finanziert man eigentlich das stärkere militärische Engagement? Wie finanziert man denn die moderaten syrischen Rebellen? Dann merkt man doch, dass die Republikaner sehr zögerlich sind, viele Gelder nicht freigegeben haben. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen erleben werden, dass bei aller Einheit, die nach außen dargestellt wird, vieles eben doch dann im täglichen Klein-Klein zu Streit führen wird. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob die Republikaner wirklich so hinter dem Präsidenten stehen. Nun ist auch ein wichtiger Punkt, den Obama in seiner Rede ansprach. Er sagt, Bombardements ja auf IS-Stellungen, Bodentruppen nein. Aber was ist, wenn dieser Plan nicht aufgeht? Das ist die große Kritik von, sage ich mal, vielen Experten. Weil sie sagen, die Strategie von Obama ist zwar richtig mehr Militärengagement, aber eben nur Luftangriffe. Und sie sagen also, die kurdische Armee, die irakische Armee, die moderaten syrischen Rebellen, die wir bis vor kurzem noch gar nicht wussten, wer das sein soll. Das soll dann die Bodentruppe der Amerikaner werden, um den eigentlichen Kampf gegen die IS zu führen. Ob das wirklich klappt, ob diese Partner wirklich verlässlich sind, da kann man große Fragenzeichen machen. Der Präsident hat diesen Gedanken nicht ausgeführt. Er hat nur indirekt darauf hingewiesen, dass seine Strategie Risiken hat. Das hat er zugegeben. Und er hat gesagt, dass es natürlich sehr lange dauern wird, bis man einen wirklichen Erfolg hat, wahrscheinlich über seine Präsidentschaft hinaus. Und damit passiert Obama das, was anderen passiert ist. Er vererbt quasi diesen Irak-Konflikt am nächsten Nachfolger. Noch ganz kurz zum Schluss, Ulf Röller, bitte Ihre Einschätzung. Die Umfragewerte haben es gezeigt, die öffentliche Meinung ist gekippt, hat sich verändert für ein verstärktes Engagement im Kampf gegen den Terror. Ist das die gesamte amerikanische Öffentlichkeit? Wie steht es denn auch um den Rückhalt in der amerikanischen Armee? Denn dort war ja lange Zeit auch von großer Kriegsmüdigkeit die Rede. Also natürlich die Militärspitze, das ist so die Regel, macht das, was der Präsident sagt. Die Militärspitze hat auch immer davor gewarnt, zu stark sich zu engagieren. Ich glaube, das, was man hört von der Militärspitze, können sie mit diesem Ansatz leben. Der einzelne Soldat ist natürlich Symbol dieses Dramas. Dieses Land ist extra aus dem Irak herausgegangen. Insgesamt in Afghanistan und im Irak sind, glaube ich, über 6.800 Soldaten gefallen. Und nun fragen sich natürlich viele, wenn man wieder in die Region muss, für was war dieser Blutzoll gut? Also ich kann mir vorstellen, dass das in der Truppe für absolut keine Begeisterung sorgt. Und es sorgt auch für keine Begeisterung im Land. Der Unterschied zu den Jahren in Busch ist, dass man eben nicht, sage ich mal, mit einem großen Engagement in diesen kriegerischen Konflikt geht, sondern jetzt wirklich eher, wir müssen das tun, weil es dazu keine Alternative gibt. Und wir sorgen dafür, dass uns viele andere helfen, weil wir nicht mehr alleine handeln wollen. Das sagt Ulf Röller. Herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Danke nach Washington.